Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video soll es mal um den Sorana-Skin gehen. Den Skin, den wir uns freischalten können seit der Woche 8. Ja, ich habe ihn tatsächlich noch nicht freigeschaltet, weil mir noch einige Herausforderungen fehlen von den letzten zwei Wochen. Den Rest habe ich schon durch, also ich habe gestern den ganzen Tag durchgehastelt und heute auch mich nochmal rangesetzt und einige Stunden gespielt. Es ist nicht wirklich einfach, weil einige Aufgaben sind wirklich nervig, wie zum Beispiel eine legendäre Waffe zu finden. Auch wenn ich ein paar Mal sozusagen die Vorratslieferung abgefangen habe, Bruder, es ist einfach nervig. Nichtsdestotrotz möchte ich euch in diesem Video zeigen, wo ihr das Rücken-Accessoire finden könnt, was ihr freischalten könnt. Einmal die Spitzhacke finden könnt und sogar noch einen zweiten Steal von dem Sorana-Skin und die Orte zeige ich euch in diesem Video. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben, um mich auch kostenlos zu unterstützen. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir haben lang genug rumgeschnackt, wir fangen mal direkt an mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! Ja Leute, ihr habt es eben schon gehört, in diesem Video soll es mal um den Sorana-Skin gehen und ich zeige euch in diesem Video einfach mal, wo ihr die verschiedenen versteckten Sachen finden könnt. Und zwar geht es in diesem Video einmal um die Spitzhacke, die wir sozusagen freischalten können, einmal das Rücken-Accessoire, was wir freischalten können und einen zweiten Steal, das wir ebenfalls freischalten können. Ich zeige euch jetzt mal direkt im Hintergrund, wie wir die verschiedenen Sachen freischalten können. Und zwar zeige ich euch, wo sich ihr Rücken-Accessoire befindet. Und zwar müsst ihr mit dem Skin, also mit dem Sorana-Skin, euch zu diesem Ort begeben. Der ist oben rechts genau bei G1, 2 und H1, 2, also genau an dem Kreuz, da bei den Koordinaten. Ich blende euch jetzt im Hintergrund ein, eine kleine Map da, wo dieser oben die Krone ist. Und jetzt, exakt dort findet ihr das Rücken-Accessoire. Das Rücken-Accessoire könnt ihr euch einfach einsammeln und zack, dann habt ihr das auch schon in eurem Spin drinne. Finde ich sehr cool, die Idee, dass Epic Games das so gemacht hat, finde ich absolut geil, muss ich sagen, dass man das so freischalten kann. Dann wollt ihr natürlich auch nochmal die Spitzhacke haben, kann ich natürlich verstehen. Ich finde sie ebenfalls cool und werde sie mir heute Abend oder spätestens morgen auch nochmal freischalten. Und die zeige ich euch nochmal rechts unten auf der Map. Also ihr könnt es ja sehen, da habe ich euch das auch nochmal markiert. Da könnt ihr euch hinbegeben und Leute, ihr werdet es direkt sehen. Es fällt auf, also es ist nicht komplett versteckt in einer Höhle oder so. Nein, es liegt da offen und wenn ihr die Herausforderung schon freigeschaltet habt, den Sorana-Skin habt, also mit den Buchstaben, dann könnt ihr euch das Ding freischalten. Super, super easy. Viele von euch möchten aber dann doch nochmal den zweiten Stil haben, den man sich freischalten kann mit dem Sorana-Skin. Und den möchte ich euch ebenfalls nochmal zeigen. Wir haben dann die grüne und die graue Variante, also die beiden können wir uns nochmal freischalten. Ja, und die fragt ihr jetzt natürlich, was müsst ihr dafür machen? Ja, für den einen Stil müsst ihr euch bei Frenzy Farm in diese Büsche verstecken. Ich blende euch natürlich nochmal eine Map ein, im Hintergrund, wo ihr diese Büsche finden könnt. Das sind so einen kleinen Heuhaufen, sage ich mal. Da könnt ihr euch ja rein verstecken, bei Frenzy Farm gibt es ganz viele davon, reinjumpen und zack, habt ihr schon mal einen Stil freigeschaltet. Um den zweiten Stil freizuschalten, müsst ihr euch einfach in eine Mülltonne springen und da habe ich euch ebenfalls nochmal eine Karte eben hier eingeblendet. Da könnt ihr beide Sachen sehen, einmal die Heuhaufen und einmal die Mülltonnen. Und für die beiden jeweiligen Stile müsst ihr einmal in einen Heuhaufen und einmal in eine Mülltonne. Um den auch wirklich freizuschalten, müsst ihr natürlich den Skin ausgerüstet haben. Also ihr müsst das Outfit sozusagen anhaben, benutzen diesen Skin und dann diese ganzen Herausforderungen machen. Das war es dann auch schon. Dann habt ihr auch schon alles freigeschaltet rund um den Sorana Skin und könnt euch den einfach ganz entspannt gönnen. Habt ihr den Sorana Skin schon und habt ihr auch schon die verschiedenen Sachen freigeschaltet? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, interessiert mich auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, war es das von diesem Video. Lasst gerne ein Like, dann hat ja auch ein Abo, da lassen die Glocke kacktieren und meinen Creator Code Meta-8 im Gegenstandjob eingeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Dann sehen wir uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.